Moin Mädels! Moin Jungs! Hier ist euer Kaller! Das Wort zum Samstag! Ja Leute, heute gibt's mal das Wort zum Samstag und nicht zum Freitag! Und wisst ihr auch warum? Weil der Kaller heute, heute Morgen buckeln musste! Überstundenruckeln! Ja Leute, das geht doch nicht, oder? Guckt euch das genau an hier! Was trage ich hier? MCM! Matto! Chabos! Monasteria! Leute, das war der geilste Abriss mit dem MCM letzte Woche mit euch! Richtig MCM-Gas! Weiter so, Jungs! Karl-Heinz! Karl-Heinz, guck dir das an! Karl-Heinz! Das darf nicht wahr sein! Ich wusste die Gisela gerade aus der Gurke holen! Der am Eierberg, der Puffbesitzer, hat die Gisela rausgeschmissen! Ja, die hat die ganze Zeit da wieder ohne Gummi rumgewurstet! Ja, scheiße! Wieder 450 Patronen im Monat weniger! Karl-Heinz, das gibt heute Abend eine Flasche Wodka weniger auf dem Tisch! Hör mal! Aber Steffi! Grüß mal die Steffi! Steffi kommt ja auch mit, die kleine Süße! Hör mal, da kann die noch eine Pulle Wodka auf dem Tisch stellen! Karl-Heinz auf das Essen gehen! Hör mal, da scheiße ich heute Abend drauf! Karl-Heinz, wir bleiben heute unseren Prinzipien treu! Heute gibt's mal wieder richtig Männergas, Abrissgas unter Kumpels! Und Karl-Heinz, ruf schon mal beim Italiener an! Der soll die Schubkarre vollbrötchen, wer die machen! Einmal Kräutermutter auf dem Tisch stellen! Der Karl-Heinz hat Hunger! Und der Kalle auch! Knallgas! Karl-Heinz! Hör mal, und danach, da geht's aber los! Da gehen wir bei dir ins Dorf, da oben! In ne Disco ein! Hör mal, ruf da mal an! Der soll den Trichter hinterm Tresen legen! Da gibt's nen Wodka-Fall, man kann einem rachen! Das muss krachen! Ach, Gerdo, das darf nicht wahr sein! Karl-Heinz, ich weiß! Die Gisela, hör mal, das darf nicht wahr sein! Hör mal, die kommt doch heute Morgen mit auf den Rind! Hör mal, da gibt's nen Abriss am Tresen! Der Träne, der Tresen muss bilden, bis die Dachwannen oben von der Disco fliegen! Hör mal, Johannes! Johannes, ich komm da noch an der Tankstelle vorbei! Du musst eben die Gisela ausspülen! Die hat da oben nur... Ja, mei, hab ich ohne Gummi gewurstet! Geht doch nicht! Karl-Heinz, die Briggi, die machen wir heute... Heute Nacht machen wir die beide platter! Knallgas!